Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich allen Zocker und Zockerinnen auf dieser Welt. Willkommen bei der TOPS TV, meiner großen Spielebibliothek von A bis Z, wo ich euch Spiele vorstelle, wie man sie in den ersten 30 Minuten erlebt. Es ist also ein Anspielen, kein Let's Play und auch kein Review, kein Test. Es ist also, wie erlebe ich die ersten 30 Minuten oder was kommt auf mich zu, wie ist das Spiel, was mache ich da, da schauen wir mal gemeinsam rein, würde ich sagen. Und habt ihr Bock drauf, dann sage ich mal bis gleich. So, da sind wir auch schon und starten die 30 Minuten genau jetzt. Jetzt. So. Da habe ich zu schnell gedrückt, aber da gucken wir mal. Wir wollen mal gucken. Ein privates Spiel, Offline spielen. So spielt man. Da schauen wir mal gemeinsam rein. Okay, wir wollen wissen, wie spielt sich Jason. Als Jason ist es dein Ziel, alle Jugendleiter auf der Karte zu jagen und zu ermorden, bevor sie dir entkommen können. Als Jugendleiter ist es dein Ziel, um jeden Preis zu überleben. Es gibt mehrere Möglichkeiten der Flucht. Überleben bis zum Ende der Runde, das Auto reparieren und zu einer Ausfahrt fahren. Die Polizei rufen und auf sie zulaufen, wenn sie ankommt. Oder natürlich die Möglichkeit, Jason zu besiegen, indem du ihn angreifst, wenn du dich traust. Ups, da ging es noch weiter. Wenn du als Jason spielst, ach komm, übergehen wir das, das finden wir doch schon raus. Jugendleiter, sonst lese ich hier eine halbe Stunde. Was können wir denn Offline spielen? Offline Bots, Herausforderung, virtuelle Hütte. Machen wir mal gegen Offline Bots und probieren das mal ein bisschen aus. Auf Higgins Heaven würde ich sagen. So, Jason. Was können wir ihm denn mal geben? Gesperrt, freischalten. Okay, Schwächen, kann laufen, Spitzhacke. Achso, die können wir noch auswählen. Teil 6, Wurfmesser aufspüren, verlagern. Kann nicht laufen, das ist blöd. Uh, Teil 7, Wassergeschwindigkeit aufspüren, Waffenstärke. Kann nicht laufen. Okay. Da schauen wir einmal noch kurz durch. Uh, der kann laufen. Kann laufen, Waffenstärke, Griffstärke. Den nehmen wir mal. Skin ändern. Ach du heilige, ne. Den nehmen wir an. So, Schwierigkeit 7, würde ich sagen, starten wir mal damit. Da lernen wir das jedenfalls oder können sehen, was wir da machen können. So, dann spielen wir das Jason und jagen die Leute. Wir müssen sie halt umbringen, bevor sie entkommen können. Das haben wir ja schon rausgefunden. 7 sind es an der Zahl. Und, ja. Wollen wir mal schauen. Zack. Genick gebrochen. Der erste ist schon mal hinüber. Okay, bringe alle zur Strecke. Kann laufen, Waffenstärke, Griffstärke. Stalken kann er nicht. Ausspüren. Was haben wir denn da? Ein Wurfmesser. Sehr schön. Nehmen wir das auch noch mit. Dann haben wir schon mal 4. Haben wir sonst noch was? Nein. Dann müssen wir gucken, wie wir rauskommen können. Da ist die Tür. So, da höre ich doch schon was. Ja, B und B. Wo wollen wir denn mal hin? Hier. Da, da hören wir was. Da wollen wir mal gucken. Damit können wir greifen. B, Wurfmesser. Erstmal machen wir das Ding hier kaputt. So, hier hatten wir doch was gehört. Der war auf jeden Fall oben. Der ist durchs Fenster geflohen. Also müssen wir da schon mal hinterher. So, R, B und A. Können wir hier was orten? Da ist er eingelaufen. Oder? Ne, da ist er wieder am Haus. Oh, der hat ein Messer gehabt. Wieso nimmt er das nicht mit? Der ist wieder am Haus. So, was kann ich jetzt mit ihm machen? B. So, der erste ist Hops. Dafür haben wir eine Belohnung gekriegt. Und zwar ein... Was ist denn das? Okay. Und zwar wieder ein... Machen wir einen Blick. So, was können wir denn hier mitmachen? X ist... Da schon mal hin. Jetzt müssen wir durchs Wasser. So, was haben wir hier? Hier haben wir Leute wieder. Und ein Wurfmesser. Geil. Geil, geil, geil. Dann können wir sie jagen. Wo war der? Da ist einer am tanken. Shit, die war zu schnell. Mach die Tür auf. Alter, wieso kriege ich die Tür nicht auf? Komm schon. So, bis dahin kann die doch schon über alle Berge sein. Da ist sie doch. Oh, da hat sie mich. Da hat sie mich. Wieso behält er das Messer nicht? Schmeiß das doch nicht weg, du Lappen. So. Die ist da lang gelaufen, glaube ich. Oder? Ja, da ist sie. Da im Haus, was soll drin sein? Oder dahinter. Will sie da hinten weglaufen? Komm mal her. Hab ich dich. Oh, hat sie mich wieder. Und lauf mir wieder her. Danke. So. Haben wir die nächste auch schon erledigt. Zack, weg ist sie. So. Hier haben wir noch ein Messer. Und dann gehen wir mal lunsen. Wo kann was sein? Wo sollen wir mal hin? Wir gehen mal hier hin. Was war ein Y nochmal? Ah, da hinten. Muss ich aber weit laufen. Wo ist er denn? Hier will er hin. Dann gehen wir mal morgen uns hier hin. So, da im Haus ist einer. Hat er mich gemessert? So, wo ist er hingelaufen? Wo ist er hingelaufen? Da. Ja. Oh, oh Gott. So. Birken will dich auch zu Tode. Der Dritte ist schon weg. Geil. So, jetzt müssen wir nur gucken. Wo können noch welche sein? Nichts zu hören. Keine Ortung hier. Dann müssen wir mal hier gucken. Wir gucken wieder. So. Da haben wir noch ein Messer. Nehmen wir das doch mit. Ich wollte nur Grabatze machen, damit sie vielleicht Schiss kriegen und jammern. Aber hier scheint Ruhe zu sein. Dann gehen wir nochmal hier hin. Weil immer da, wo die Autos sind, könnte auch was sein. Aber bis jetzt sehe ich nichts. Aber wieso ist das hier noch versperrt? Das geht ja gar nicht. Komm, mach die Tür auf. Keiner jammert. Keiner ist hier. Das ist blöd. Das sind ja noch. Wie viele? Einige. Okay. Dann teleportieren wir uns nochmal hier hin. Irgendwann muss ja mal einer kommen. Ne, wie viel können wir auch nicht tragen. Messer. Okay. Okay. Ich sehe auch nichts. Okay. Der Regen ist klar. Der trübt ein wenig die Geräusche, aber bis jetzt ist nirgendwo was los. Okay. Dann bieten wir uns nochmal hier hin. Vielleicht ist hier was. Auch kein Gejammer. Hm, das ist natürlich jetzt blöde. Ich würde sie gerne jagen, aber ich finde gerade keinen. Wo können sie sein? Wo können sie sein? Vielleicht beim Telefon? Der Blick zeigt mir auch nichts. Hm. Was hat denn das rote Ding dazu bedeuten? Dieses Doppeldreieck da. Schauen wir gleich mal nach. Als erstes reisen wir nochmal zum Auto, in der Hoffnung, dass da jemand bald ist. Mein super Spürsinn sagt mir auch nichts. Dann beamen wir uns gleich mal. Zu den Doppeldreiecken, oder? Was sagt ihr? Mehr bleibt mir jetzt nicht über. So, beamen wir da mal hin. Gucken wir, was ist da los? Hier ist auch nichts. Hm. Es waren sieben. Einstellungen? Nein. Da sehe ich denn, wie viele das noch sind. Aber ich habe erst drei. Normal müssen noch vier unterwegs sein. Mein super Spürsinn sagt mir nämlich auch gerade nichts. Was ist aktiv? Was ist aktiv? Wut ist aktiv. Okay. Was ist denn da? Ist das nur ein Poster, oder? Mach nur ne Beste. Ja super, Wut ist aktiv, aber ich brauche dafür... Oh, da ist irgendwas. Irgendwas war da. Halt. Worum ist die Scheune hier abgenebelt? Huh. Strange. Ist da jemand drin? Da ist jemand. Hoffentlich packt die da noch fest. Ja. Ach, du willst wieder ins Wasser? Okay. Kann wir hinkriegen. So. Jetzt haben wir wieder einer. Auch wenn ich den Tod jetzt nicht gesehen habe, aber... Da scheint einer noch zu sein. Warum sind die in der Scheune? Was ist in der Scheune los? Das heißt, da ist einer drin. Anscheinend... Da ist ein Messer. Verstehe ich jetzt nicht. Warum hat der mir die Hütte angezeigt? Killerspürsinn sagt mir jetzt auch nichts. Machen wir nochmal meine Super-View hier an. Da. Ne, das ist wieder die Weste. Gucken wir mal... Oh. Zwei Minuten verbleiben noch. Dann gehen wir mal hier hin. Vielleicht wollen wir mal hier zum Auto. Auch nicht. Da sind zwei Hütten rot. Warum? Das heißt, in dem anderen Schrank könnte auch noch einer drin sein. Vielleicht ist hier einer drin. Komm schon, hau die Tür auf. Fünf von sieben habe ich getötet. Immerhin. Immerhin. Mami ist proud of you. So. Erfahrungsbonus. 1420. Getötet. Fünf von sieben. Am Leben. Zwei Kille noch am Leben. Okay. Hm. Immerhin, würde ich sagen. Dann machen wir noch ein kurzes Offline-Spiel. Herausforderung. Killerauswahl. Zertrümmert. Ein paar Burschen, die unterwegs sind. Mitten im Wald ein Auto-Panel. Sorge dafür, dass sie nicht wieder herauskommen. Starten wir mal. Gucken wir mal kurz rein. Vielleicht ist es ja so eine Art Kampagne oder irgendwie sowas. So kleine Herausforderungsziele. Boah, die Münder sind so gruselig. So. Was haben wir denn mal? So, der erste ist schon mal Hopps. Oh ja. Hm. Nicht schlecht. Aber keine Herausforderung geschafft, ne? Keine Überlebenden ist Erfolg. Unbemerkt ist natürlich fehlgeschlagen. EP-Stand ist fehlgeschlagen. Aber wir konnten mal schnell metzeln. Urteilung. Zerschmetterung mit der... Äh, Adam mit der Motorhaube den Schädel. Okay. Sitz aber so, während er sich im Wald erleichtert. Okay. Zigarettenpause. Schrotte das Auto. Hol dir als... Teilfilm... Okay. Den Schädel, nein. Wir wollen... Wir wollen noch mal in kurz... Kurz noch mal in anderen gucken. Was haben wir noch? Was ist das? Gibt's nur das? Ähm... Ah, da geht's weiter. Eins von zwei von zehn. Zwei Schädel in einer Runde. Okay. Da müssen wir den noch mal probieren. Was können wir denn dann nehmen? Ergreifen und töten. Ergreifen. Strangulieren. Kopf zerquetschen. Hals umdrehen. Herz zerquetschen. Schritzer hacken. Ach du Scheiße. Betäuben. Den nehmen wir trotzdem. Dann nehmen wir auch... Den mit. Dann nehmen wir auch den mit. Und wir nehmen den mit. Axtwaffe müssen wir nehmen. Und dann nehmen wir es an. Schauen wir noch mal ob wir es hinkriegen. Oh, komm. Erstmal nehmen wir das Ding mit. Und dann nehmen wir das Ding mit. Scheiße. Ich wollte den doch mit der Motorhaube. Das kriegen wir noch hin. No matter what they do to you. You cannot die. You can never die. Das nehmen wir denn mal. They want to hurt you Jason. Don't let them. Ah, beiden kommen. Okay. Unbemerkt fehlgeschlagen. Okay. Die können also weglaufen. Make them remember me Jason. Make them remember me Jason. So. Aber leider können wir es nicht weiter versuchen. Denn die 30 Minuten sind leider rum. Aber falls ihr Bock drauf habt, könnt ihr es ja gerne selber zocken. Denn wie gesagt, dies hier ist nur ein Anspiel. Nur ein Antisern des Spiels sozusagen. Und wie gesagt, wenn es euch gefallen hat, spielt es. Und ihr könnt auf jeden Fall ein Abo da lassen. Like ein Kommentar, wäre ganz nice. Vielleicht habt ihr es schon gespielt. Und habt geile Tricks, die ihr auch für anderen parat habt. Dann bitte unter den Kommentaren. Das wäre super geil. Ansonsten, ja, sag ich, verpasst, sag ich, verpasst meine anderen Videos nicht. Und bis bald. Bye, bye. Bis bald. Bis bald.